Es ist zurück, wo es hingehört. Dies ist das Herz des Turms. Ihr braucht es, um euer dunkles Territorium wiederherzustellen. Es ermöglicht es euch, den Turm jederzeit aufzusuchen und bietet Zugang zu allen Ressourcen des Turms. Die da wären? Und seht, es hat euch anscheinend eine kleine Gabe verliehen, Herr. Oh. Ihr könnt jetzt zehn Schergen kontrollieren. Und es scheint einen seiner Zauber behalten zu haben. Den Feuerballzauber. Der robuste kleine Kerl hat es geschafft. Feuerballzauber? Zehn Schergen? Ich werde euch später lehren, wie ihr ihn einsetzt. Aber es ist unbedingt erforderlich, dass ihr weitere Atomobjekte findet. Ein Kran wäre besonders praktisch. Dann könnten wir hier aufräumen und einige Räume öffnen. Leider bin ich nicht mehr der böse Kerl, der ich einmal war. Ich ertrage das satte grüne Gras unter meinen Füßen und das Vogelgezwitscher in meinen Ohren nicht mehr. Ich suche mir besser eine dunkle Ecke und etwas, auf das ich einschlagen kann. Ich bleibe hier. Durch das Herz kann ich direkt mit euch sprechen, Herr. Und sehen, was ihr tut. Kehrt euch das Tor in das Halbling-Territorium zurück. Ja, ja. Na gut, dann übernehmen wir das für dich, wenn du das nicht mehr kannst. Dann werde ich euch mal im nächsten Video zeigen, wie wir ein bisschen mit dem Feuerball rumspielen. Bis dann.